So! Nein! 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 Oh nein! Ja! Warte! Casing! Sau! Warte! Was fehlt denn jetzt, Re-Redstone? Ich hole wieder eine! Oh! Quatsch! Ich hab nur 8 Casings Schnell! Baut den Reaktor fertig, wir brauchen Strom! Ja, wir werden, ich denke mal, ich werde irgendwann werden wir so einen schönen Windpark bauen irgendwo, das werden wir auch noch machen Das ist jetzt sowieso, wir sind ja noch am Anfang, wir sind ja noch am Anfang, Freunde Das ist ja erst, ich weiß gar nicht, ich glaube der sechste Stream oder so Schaube, ne? Ne, siebte ist das glaube ich sechste, siebte, ich weiß es nicht mehr Auf jeden Fall ist ja glaube ich Folge, was weiß ich, 27 oder so'n Scheiß Oder weiß ich gar nicht, wer wir weit war waren Ist egal, wir sind, man, wir sind doch am Anfang Am Anfang Alles geschmeidig bleiben hier Ein paar Casings fehlen noch Wollte ich mal gesagt haben Wollte ich mal gesagt haben Bleib doch an, du scheiß MC-System Mach doch mal An, aus, an, aus, an, aus Komm, da bist du Schwabe Gib mir zu Was sagt er? Du machst immer den Schalter an und aus Gib mir zu Ja, er sitzt hier um die Ecke und macht doch mal klick, klack, klack Gib mir zu Du bist es, du machst dann immer Du bist der böse Jung Zwölf habe ich, zwölf, zwölf 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 Schon fertig? Nee Mah Fast Fast? Wie viel noch? Vier? Hätte ich Nee Ach man Mehr sinds noch Das ist Der save der reward, weißt du Gib mir uns mal ein paar Casings hier Eins Zwei Fünf Acht Zehn Elf Sechzehn Zwanzig Stück fehlen noch Wurde ich mal so gesagt haben Hast du der Stahl? Da läuft er Da läuft er Da läuft er wieder Acht Stücke habe ich, toll Ah Fehlen ja nur noch 13 Ah Ist das, ist das geil, ehrlich Wir kommen ins Ziel näher Gleich ist der Raptor fertig, ich glaub's nicht Ich glaub's nicht Darf ich jetzt mal wieder Disketten bauen? Nee Nicht? Mah Heute nicht mehr Lieber frech Erst wenn der Aktor fertig ist Ach erst dann? Ja Ich hab schon wieder keine Kohle mehr oder was? Wir haben keine Kohle mehr Die Kohle Komm ich da dran Ey tatsächlich kommt von hier sogar an das Ding dran Kann ich die auch von hier bauen? Na klar, da brauchst du die scheiß Calculation Prozessoren, ne? So ne Kacke Piu Piu Na toll, haben wir nur noch vier Ist geht kaputt hier Von was haben wir noch vier? Von dem scheiß Zeug hier Ah Haben wir noch Sand? Oh Nö Natürlich nicht Scheiße Es ist einfach kein Sand mehr Jetzt will ich dazu kotzen Ach doch da Haha, ich hab noch Sand Jo Kann ich bauen? Kann ich bauen? Kann ich bauen? Kann ich bauen? Ich hab noch Sand Ja Ah Jetzt darfst du bauen Ja Nein Da hetzt er mich wieder hier Oh nein, wir haben keine Grafit Dinger mehr Grafit? Keine Grafit bauen mehr Ist schlecht Und das System ist wieder aus Habe ich gerade gesehen im Augenwinkel Ist schon wieder dunkel? Oh nein, da wird schon wieder dunkel Schnell 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 Warte mal, im Bett ist ja jetzt woanders Was ist denn? So einen Humor haben die Freuen sich oder was? Humor Rassistischer Humor schreiben sie Weil die da über Die beiden gerade über Chinesen glaube ich herziehen Falsch Wäre total cool, wenn das System jetzt wieder angehen würde Ja ne? Hätte was Ich könnte ja dafür sorgen Echt? Ja Könnte ich Ich müsste jetzt gleich wieder angehen Ich sag's dir so Ich hab grad die Verarbeitungsstraße abgemacht Vom Strom Was zieht denn denn sonst so viel Strom? Weiß nicht Komisch wenn ich hier Hm, die Query ist auch ab Was zieht denn dann so viel Strom? Jetzt ist wieder an Na geht doch Ja ja, ihr unterhaltet euch nur über das Stromproblem Einer noch Einer noch Scheiße Jetzt hab ich da da reingepackt Ich brauch da doch Gib doch wieder her Was ist denn hier los? Was blabbert denn hier? So jetzt wollte ich noch Silikon und Redstone Silikon Und Redstone Schöne Ich fahre jetzt noch eine eine Ich brauchte ja nur 10 davon Ich unterstelle euch gar nichts Ja, macht nix Nie Würde ich nie tun Das würde ich nie wagen Euch sowas zu unterstellen Niemals nie Niemals nie Ich werd noch nicht mal so rot Also lüge ich auch nicht Boah werd doch, boah werd doch fertig du Kackding Wegen Was ist fertig? Läuft? Warte Strom kommt Gleich ist er da Gleich Sehr gut Kann ich ja die Verarbeitungsstraße dran machen, wa? Reaktor leer Ja Leer gezogen Erledigt Okay, da passt einiges rein Achso, ich muss noch ein machen Ja Und? Ja Oh, jetzt hab ich aber Angst Was? Der ist extrem heiß Ja gut, das ist ja nicht schlimm Wie viel macht er? Äh 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 Irgendwie Stimmt hier was nicht Mach kein Strom Warum macht er kein Strom? Hä? Ich komm Oh Äh, der ist auch, der ist gar nicht fertig Doch Doch Ach jetzt Aber wieso Warum steht da Fluid? Hä? Warum hat der jetzt sehr aktiv gekühlt gemacht? Warum steht denn da Fluid? Ach Kann ich dir sagen Warum hast du den coolen Port gemacht? Du musst noch ein Access-Port machen Wo? Achso Hier, den blauen muss raus, da musst du ein grüner rein Jetzt müsste es auch noch sein, ne? Ja Ja 7000F Ja, ja Strom Schön Neuer Neuer Geil 9000 9400 macht er so jetzt braucht glas wieso das so du musst noch einen grünen rein machen ja genau für das für das race dann halt damit da draus kommt habe ich nicht mehr genug aktor cases dann bleibt so so darf man noch mal 10 verdammt ich habe kein glas mehr ist doch wieder zum gotts end aber kein wunder dass wir so viel dass die ender query auch nicht so schnell ist das richtig aber jetzt gehen die maschinen wenigstens ab hier geht doch ja ansicht sache auch so langsam noch jetzt ganz viel strom zu wenig strom immer noch nicht sein die ziehen zu viel strom die jungs den energy upgrade drin aber die ziehen durch die speed upgrade so wahrscheinlich zu viel die anderen maschinen kommen ja auch nicht hinterher die haben gar keinen die haben nur ein energy upgrade kein speed aber die sind voll mit strom die anderen die sind ja voll mit strom nur die nicht kann oder kann die kann hat die die zelle sein dass sie zu wenig strom aus dem output hat ich glaube gut hat die soll die frage wie viel output hat die nach 321 11 pro tic scheiß teil was dann für trotz dicken der club das ist das für ein kack wir brauchen das andere ding ist da noch ein kabel ja klar warte ich brauche gleich ich brauche das ding von ender ego da rein aber ich will jetzt erstmal strom haben hier kein wunder dass ich jetzt ja warte hier ich schmeiße die kabel hin ja hab ich dir hingeschmissen war der stress hier nein ME system ist aus schnell schnell schneller noch schneller jetzt gehen sie ab jetzt sind sie auch voll mit strom boah guck mal hier rein in die rechts ey das ist schnell siehste alter ey jetzt guck mal den pulver weil sie hier unten rechts an den weso nennt hätten wir uns den heimstream schenken können oder geile sache das muss man ja sagen da brauche ich jetzt noch ein paar speed upgrades den können wir hier ach die ender crew ist da auch ausgemacht die habe ich noch abgemacht ja gehabt weil wir wegen dem strom nach wegen dem strom hatte ich die abgemacht du bist grad am bauen ja ich wollte noch die diskette nehmen für dich bauen ok wenn ich das darf nee oh speed speed was ist denn da los warum zeichnet mir jetzt nicht mehr die speed upgrades sind leckt mich am arsch jetzt auch noch alles mehr sollte gleich fertig sein ach da sind alles klar so ich habe doch mal 4k disketten jetzt gebaut für den anderen drive ha hast du alles iron da reingepackt ne 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 wir müssen jetzt sowieso mal langsam die kisten dann da rüber räumen ne oder import pass also brauchen wir noch 1 2 3 4 5 können wir eigentlich alter felter auch definitiv wo haben wir aus mir um das nicht genug glas haben wir genug glas ich hatte welches in dem eloi smelter links rein geschmissen muss doch mal gucken ne da ist nicht mehr so viel leck mich am arsch jetzt aber kein obsidian mehr ne boah he he oh nein guck mal jetzt ist alles leer das das ist Was fehlt dir denn noch? Ich bin gar nicht überlegen, dass ich die, die, oh scheiße, habe ich aber Glück gehabt. Was passiert? Ich habe noch 5x5 gehabt bei der SpeakX. Wäre fast ins Auto gegangen. Ja, ja, ja. Ich habe da ein bisschen den Boden mal kurz umgegraben. Oh ja. Ups. Naja, ich will gucken, dann mache ich nämlich einen Import-Bus jetzt. Und dann mit den NIO-Kabeln rüber kurz vor dem NIO-System. Dann stellen wir eine Kiste hin und dann haben wir den Output direkt im System. Kiste ist voll. Schon? Ist ja nicht wahr. So, ein Import-Bus. Bus bauen! Jaaaa. So, dann haben wir schon mal einen Import-Bus. Jetzt brauchen wir noch die Conduit. Conduit! So, die Maschine geht hier auch gleich schneller. Jawohl, da läuft sie schneller. So. Die rechte Kiste müssen wir leer machen. Das wäre cool. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Kiste leer machen da. So. Ja, toll. Vielleicht nehme ich mal die ME-Kabel, die ich Ochse. Ja, mit der Ender-Chester kommt noch. Aber die können wir gar nicht bauen. Weil wir können Obsidian mehr haben. Leider. Aber gut. Das kommt noch. Erstmal jetzt so machen, das war schon mal ein Teil. Im Prinzip. Also die Fertigungsstraße hat gleich alles Speed und Energy Upgrades drin. Das gut. So, wo die schnell die jetzt sind. Für nur noch die Gas Upgrades, ne? Über der ersten beiden, ne? Ach ja, da fehlt ja noch was, ne? Da guck ich gleich mal, was ich dafür brauche. So. 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 das ist gut wir machen erst mal so ins hört was soll der ist voll deswegen aber auch so weil er kein gas hat oxygen weiter nicht mehr die sind jetzt wahrscheinlich zu schnell die jungs kann man die auch noch upgraden irgendwo die maschinen dahinten deine gas produktion das weiß ich gar nicht ob das muss ich mal gleich gucken ob das könnte sein dass da auch abgült sein können ja ich kann das ist auch energy upgrade und speed upgrade rein machen so viel eisen habe ich nicht mehr nitrogen wo ist ein oxygen also bräuchten wir noch mehr speed upgrade so aber wir haben kein glas mehr wirklich scheiße noch ich warte ich tue noch 22 habe ich noch durch mein system wenn ich hobbelsäule in pulverweise kommt sonst raus das hydrogen ist voll aber das oxygen müssen da die speed upgrades rein oxygen warte muss ich gleich selbst gucken warte ich muss mal kurz noch die den jetzt mal im tier rein so oxygen war glaube ich ganz rechts der ich glaube da war ganz rechts der oxygen ja beiden rechts der unteren obere oben ist ja noch einer drüber ach so da ist noch einer drüber ja ich hatte da extra zwei gebaut damit das vielleicht ein bisschen schneller geht aber scheinbar nicht dann mach ich dann mal in beide vier stück rein wie sieht das hier aus ja hier das zeug fehlt aber auch hier links der ja das kommt von oben zu wenig von diesem brian von diesem power plant auch ja ist klar die maschinen sind zwar schon wahrscheinlich jetzt richtig schnell aber die verballern hat gas halt auch extrem viel ich weiß nicht kann man die auch graden hier die kann man nicht upgraden hier leider glaube ich oder man könnte ja mal ihr könnt ja mal im chat schreiben ob man die auch upgraden kann mit irgendwas dieses evaporation plant das weiß ich nicht wie schnell die jetzt alle sind so prinzipiell ok weil wenn die die laufende durch das geht ja komplett jetzt ins system die ganzen sachen muss man ja auch noch sagen wo geht denn das jetzt hier hin hinten in die kiste da steht doch eine kiste in der ecke in der ecke steht doch die eine kiste da da geht das jetzt alles da geht das dritte system ja alles soll ich das andere auch mal da rein machen was was noch in einer anderen kiste drin ist ja ja klar kann sie machen da kriegt noch zwei acceleration cards von mir der import bus der da liegt der da steht an der kiste hängt so ich habe nämlich gerade noch zwei gebaut und dann geht das nämlich ratzfatz sobald aber drin ist kommut schnell zack 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 weg gelutscht raus gelutscht wird das system ist bestimmt bald voll oh ja und konzern von ausgehen jetzt könnten wir eigentlich nur noch hingehen und die ganzen ärzte noch da rein kloppen in der dingen dann leuchtet ihr in der kölbe nämlich auch weiter also hier in die kiste oben wohl jetzt läuft er ja durch jetzt ist er ja nicht so schlimm das ist noch ein erz da oh ja die läuft immer noch da sind ganz viele ärzte da auch noch da auch schön ist den so ja wir können keine iron chest mehr bauen das muss auf was obwohl eigentlich hätte man die eine kiste die da genommen hast hätten auch nur kleinere nehmen können na egal naja gut ich hatte jetzt die genommen weil sie da halt hin die hing ja da oben oh guck mal wir haben die kohle und den lapis habe ich auch mein system weil da haben wir dir mal die deep storage unit die sachen wir bräuchten irgendwie mit den fossilen werden wir auch noch machen mit den fossilen werden wir auch noch machen wir bräuchten irgendwie ein silk touch upgrade für das draconium wir werden wir mal machen wenn wir ich glaube das end abbauen oder dann wird das sowieso ja ja klar dann ist klar dann würde ich dann machen wir das auf jeden fall zieht als upgrade für die query so auch noch da rein und dort hier rein für diamanten wir auch haben ich weiß dass sie ne war also ist sie nur noch stimmt sind aber kommt da nämlich nicht rein weil sie über geht nicht alles können wir nicht hin zu sehen die kisten hier sind ja auch noch voll also koppel kannst du auf jeden fall komplett reinpacken koppel haben aussortiert glaube ich ferris auch noch ganz viel ferris ja ja gut das kann so eine kiste zu den die ärzte kiste ich werde die krön wir auch gleich wieder dran machen wie läuft die nicht ich habe da das kabel hier raus gemacht hier nur die hat aber noch dann hat sie ach so was dann war das die hatte wahrscheinlich noch wort im denn so ne damit die mit den den wir haben ja wir haben ja schon ein ich habe mir nicht schon so was schon viel einiges an dna ich glaube ja ne hatten wir darüber schon gehabt das werden wir auf jeden fall machen denke ich mal vielleicht mal sogar nächste mal gucken fangen wir vielleicht damit an ein bisschen zur automatisierung ein bisschen machen und dann haben wir hier noch irgendwann einen ersten drin das kann raus das kann aus dass das und das oder im mit ohr haben wir dann krass willst du nur ja da stimme ich dir auf jeden fall zu ich habe unseren fußboden wieder gefunden da brauchst du glaube ich diesen diesen inkubator oder sowas meine ich von den fossilen warte mal so muss man kurz gucken seit dass er noch keine die deutsche gemacht nein ich hatte ja ich konnte es hier bauen ich hatte leider nicht mehr in der koppel dort lapis und kohle oder das ding hier das ding könnte das sein weil wir davon 1500 hatten ja genau ist auch nicht so schlimm wir müssen wir müssen gucken dass wir mehr in der umbauen können definitiv oder heißt wir brauchen mehr schein die würde glaube ich war das schein jemand noch fehlt ich weiß jetzt gar nicht immer da gefehlt passiert jetzt nicht mehr ob sie dann fehlt auf jeden fall noch dafür da müssen wir dann noch mal sammeln wieder das kabel hast du noch gar nicht wieder dran ich hatte dir die kabel vorhin hingeschmissen ich habe gar nichts mehr gerade in der stimmt in der region genau wir brauchen auf jeden fall ob sie die an wieder mich hart in den glas machen können und dann halt mehr die story jüngers problem ist wieso müssen dann auf jeden fall noch schafe scheren wegen den dance cable weil sonst kann man problem und wir brauchen eine melkotor oder hat ich kann dazwischen gibt es ja gar nicht dazwischen der stream von uns gerade was damit schwaber wollte man auf youtube gucken aber wir kamen dazwischen so was machen wir ehrlicherweise geschießt jetzt hängt es echt an die an dem hydrogen chlorid das heißt ich denke mal als nächstes werde ich dann zweites von diesen plans da bauen draußen damit das schneller geht hier hast du aber schön gemacht muss man ja sagen die ganze fertigungsstraße ist komplett mit allen upgrades ausgerüstet ja ich sage nur die erste ist halt die war heute dieses kack zeug davon da draußen das erste dinge ein bisschen bummeln genau und da haben wir wahrscheinlich zu wenig von einfach wobei hydro gehen war doch vorhin die ganze zeit voll dafür war auch der hydro nenne wir brauchen hier hydro und chlorid bei dem ersten und dieses chlorid chrisse ich glaube er wird aber nach florid oder die näher doch chlorid ist das glaube ich was aus diesem wein kress also heißt eins von den dingern draußen würden wir wahrscheinlich noch brauchen da ist vier advanced solar panels noch mal und die blöcke da sind wir da einige ressourcen die da ins land gehen voll die scheiße advanced solar panels sind ätzend hoffentlich kein iron auch aber wir haben jetzt glaube ich einiges hier oben drin und ich denke mal wenn wir nächstes mal wieder streamen könnte dann sein dass sie vielleicht sogar alle fertig sind hier die sachen ich auch stark von aus aber wie gesagt dann brauche ich noch nicht die radio weil ich hier noch immer ist ja noch mehr erz ist ja gar nicht daheim mit ohr was sollt was sollt vielleicht sowieso eine schwarze festung bauen schwarze festung brauchen wir uns hier den von ihm nach der ding aus marvel genau brauchen wir uns und mal so marmor palast genau in den wolken marmor wolken palast aber dann nochmal da ist auch normal drin aber unterschied das unterschiedliche marvel ja ja wir sind ja mal einige monster auf nämlich wahrscheinlich vielleicht daran 5.000 silber war fast ist ja wieder der steht hier kann man das nicht irgendwie als eisen verbinden was über ohr ins loch der der google ist am zocken als sicher auf steam gibt es ja gar nicht da ist am zocken dann kann ich mein system packen das brauchen wir öfters ja ich meine haben wir den reaktor fertig der reaktor ist fertig zweites im e drive haben wir mit 4k disketten ja und die ersten deep story juni sind ja auch schon fertig ja klar wir bauen uns kohosend aus star wars nach sich ja warum nicht gleich die minen von moria oder so eine scheiße minas tierit weiße stadt passt doch mit marvel also ich glaube da bin ich auch sehr viel zu unkreativ für sowas sie wird eigentlich der grafstein hier sie wird zum töten ich mich bis zurück weiß ich ich hätte den stream schon getötet stimmt da war eine kuh jetzt nicht mehr da war eine kuh und die machen er sieht die keine mops mehr was ja los ach doch da er ist ja noch nicht geplündert was denn da los hier kack skelett sauber dahin ist ein schokobo schicke bü wissen damit weiß ich nicht nix ein goldenes kann man fliegen so leuchtet denn der baum was da los ach so dass so ein heif ach die bienen ob ich daran denke nächstes mal wenn wir wieder aufnehmen zu der burg zurück zu fliegen und da die kisten noch zu luten weiß ich nicht könnte sie ja nur notiz machen ah die verlegte ich hier bestimmt bei den ganzen umbausachen ach kupfer machen wir wollen noch aber 36 iron geht ja ab hier wie viel von den dings haben wir schon ok davon haben wir immerhin schon dieren 70 stück von was ach so das geht aber ne welchen ist es denn was und das habe ich mal nachgeguckt wie viel du brauchst hab's vergessen gut aber ich würde sagen machen wir jetzt mal in ne genau fast drei stunden gestreamt mein gott ey ja und da hat ja relativ gut geklappt auf hitboxen muss ich sagen scheinwohl ich werde dann nächstes mal auch hitbox testen das ist stone hedge ne nächstes mal äh auf hitbox wahrscheinlich genau ja dann würde ich sagen sehen wir uns denke ich mal beim nächsten stream hoff doch und ja wir wünschen euch mal wieder einen schönen abend noch oder ja fast schon nacht und eine fast gute nacht genau eine fast gute nacht und wir sehen uns beim nächsten mal ciao 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 Vielen Dank.